Ich bin in dich Best of Popschlager 2017 Das Original im Ruhrpott Der kultigste Popschlager-Wahnsinn des Ruhrgebiets geht in die siebte Runde Und diese Stars werden euch begeistern Jörg Bausch Ich bin in dich Und das über beide Ohren Frank Lukas Daneben ohne dich Wie geht's schon weiter? Ich brauch dich nicht Marco Klos Ich bin für dich nur zweite Wahl Scheißegal Anna-Maria Zimmermann Die Melodie in meinem Herz Amore mio Andreas Labo Du schenkst mir diesen Tanz In dieser einen Nacht Weißt du noch, Katharina? Star Event präsentiert die beliebteste Popschlager-Veranstaltung aller Zeiten Die größten Stars der Branche geben sich am 1. April 2017 die Ehre Wie zum Beispiel Tommy Fischer Du bist der Wind, der mich vorwärts freit Hoch und stammt auf einem Segelboot mit dir im Abendrot Olaf Henning Olaf Henning So eine Nacht, wie man sie immer bloß im Kino sieht Michael Fischer Frank Lahrs Du bist verrückt Du bist nicht normal Du hast fast alles im Körper Du bist die Frau, die man so leicht nicht filmen kann Das Ruhrgebiet freut sich auf den besten Popschlager des Jahres Am 1. April 2017 erlebt ihr das Original in der Turbinenhalle in Oberhausen Der Einlass ist um 18 und der Beginn um 19 Uhr Tickets bekommt ihr bundesweit an allen Vorverkaufsstellen für nur 9,90 Euro zuzüglich Gebühr Unter der Ticket-Hotline 01803 181118 oder www.starevent-online.de Die Elite des deutschen Popschlagers präsentiert Ihnen Fair Automobile Ihr Seat Partner in Oberhausen Du bist verrückt und nicht normal